Easy Go Deine Mama ist fett Was denn? Was ist dein fucking Problem, alter? Scheiße, Junge Ich weiß Ich hasse es gegen dich zu spielen Und ein herzlich Willkommen mit mir hier da Stefan bei einem ganz kleinen Let's Play Rainbow Six Siege mit dem lieben Henning Hallo Ich bin eigentlich echt schlecht geworden, das wirst du gleich sehen und meine Zuschauer... Hör mal leise Nein, ich hab echt ewig kein Rainbow mehr gespielt, das eine Video war eine Foto für die zwei Videos Und das eine hab ich dann einfach eine Terroristen... War auch ganz leicht gemacht Das ist keine Terroristische Runde Nein, ich rede gerade über meine letzten... Hitman wird damit jetzt eingestellt, Hitman irgendwie... Alle Spiele kann ich aufnehmen und auch unbegrenzt Aber Hitman ist das Spiel, wo ich wirklich die ganze Zeit hängt mein PC sicher auf, ich weiß nicht Beim PC eigentlich übelts gut und Hitman ist das einzige Spiel, da hängt mein Aufnahmprogramm einfach auf Und dann sage ich, gut, jetzt ist vorbei, ich habe das Spiel mindestens zehnmal... Ähm... Kannst du mir kurz lassen? Äh... Schauen wir uns die schöne Landschaft in 4K an Boah... Bei mir im Aufnahmprogramm laggt einfach so Rainbow Six Siege... Aber... Das war auch neulich so, wo ich eine Terrorrunde gemacht habe... Merkwürdigerweise hat es danach, also wo ich das abspielen lassen habe... Kein bisschen geleckt ist... War bisschen strange... In meinem Spiel ist es natürlich auch leckfrei... Boah, der muss gerade ja 32 Durchproben machen... So, jetzt... Ich muss... Ich muss jetzt gerade noch mal kurz auf meine Steuerung eindringsten... Ja... Ich hab ja... Statt... Äh... 16... 32... Proben... Jo, gut... Junge... Bin ich doch mal raus? Mir geht nicht nochmal raus... If... Boah... Angst, eh... Ich weiß auch nicht warum... Ich... Angst, ey... Ich weiß auch nicht warum... Aber wir machen ohne Bombenentschärfung. Oh lol! Das ist die Wiederholung, will ich sehen, Alter. Nein, du hast da drin! Und du hast Schrotfeld, oder? Ja! 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 Nice! Aber ich hasse mal Fremds zu spielen, 익se. Oh, 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 oh! Of course this! Oh ja, wah shame. Und du weißt das? Was weiss ich? Deine mom weist das? Und du hast mal wieder mega realistisch für mich eingestellt. Ja genau. Wozu? Weil realistisch viel? Geiler. Warte mal, ich muss kurz F drücken. Nein, nicht mich abschießen. Nein, nicht abschießen. Jetzt habe ich nur noch 10 Leben. Jaja, das war ein Hologram, du Dummi. Hä? Nein, habe ich gar nicht. Doch, was ist ein Hologram? Bist du dumm? Warte doch nach! Warte doch nach! Warte doch nach! Fick deine Mutter! Warte mal, warte mal. Moment, Moment. Was ist denn jetzt? Warte. JAAH! Ich hasse es! Ich hasse es! Ja, aber meine Reaktion war einfach so Bisschen Die Reaktion musste nachwarnen Ach, das war, warte ich hab dich im Augenwinkel gesehen und ich hab so lange gebraucht auf dich zu zielen, das ist schon peinlich genug Ja, du bist peinlich, ich weiß Das ist, wie du Krass Es gab mal ne Zeit, da hatte Sermard vier Sprengplatten Das war die beste Zeit in meinem ganzen Leben Da meint noch mein Lieblingsoperator Aaaaaaah Juck die Mann Es sind mehrere Bomben, was? Zehn Sekunden Kannst du mal warten, oh, warte ich geh da schon mal Fünf Sekunden bis zum Einsatz Entschärfer ist jetzt gesichert, eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden So Boah, hab ich mich erschrocken, aaaaaah Bombe gefunden Und das hast du wieder, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du wieder wegrenzt, ne? Ja neu Eigener Todgart-Gegner Ich will wissen, wie viel Leben ich habe Ich hatte nicht mehr viel Ich hatte nicht mehr viel eine runde noch ich wollte das video sehr kurz halten deine mama ist scheiße ja das auch ich bin schlicht mit stefan deine mama ist schlecht in diesem game jetzt tollen wir haben keine visiere auf unsere waffe nach was warum den bereich sichern die bomben weiter schützen warum keine ahnung du hast doch hier irgendwie super dings gemacht so wie das alles super authentisch es bleiben fünf sekunden bombenstandort sicher ja 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 Achtung! Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Und damit verabschiede ich dich mit einer erfolgreichen Runde Rainbow Six Siege und ich habe dich richtig rasiert und krass drückt. Steck dir deine Kasse unter den Arsch rein! Ich fand es eine sehr schöne Runde. Sogar mit Rekrut habe ich dich rasiert. Reuleständer 70 mal wieder. Danke für die schöne Runde. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt und wenn ihr sehen wollt wie ich Henning richtig wegrasiere, aber gegen den Strich selbstverständlich... Oh die Fresse! Nicht abonnieren! Abonniert ihr nicht! Das ist gemein! Bleibt es in die Kommentare. Um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. Tschaui! Bis zum nächsten Mal!